Liebe Die geht momentan nicht, schade Das ist ne coole Map Ich will drei spielen Ich will drei Oh, jetzt sind wir Warte Ich komm nochmal zurück Und So Arena Nummer 4 Gunther Kingley Ach, geht noch gar nicht los So Geht hier auch los Es geht Vote So, Game startet Kingley ist grad wohl nicht anwesend Bist du anwesend, hallo? Doch, jetzt ist er anwesend Guten Tag Tschüss Ich hab keinen Bock mit einem Holzschwert hier rumzukämpfen So Rösten wir uns mal aus Sieht ja ganz gut schon mal aus Meine Fresse, der war knapp Der war echt knapp Der war echt knapp der Sprung So, ich will hier in den Turm nämlich Den hab ich eben schon gesehen Da würd ich gerne rein, wenn's geht, hallo? Ah Geht sogar Okay What the, da komm ich doch nie im Leben hin Von hier aus Nein Soll Hallo Ich dachte schon, ich wär hier gefangen Ach komm Kack drauf Wir gehen weiter Ich will wenigstens noch ein Eisenschwert haben Na komm, lass mich durch Also Blätter kann man hier anscheinend Äh What the fuck Ab Bauen Gibt's da drin ne Truhe Nö 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 Wow 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 Gibt's hier überhaupt noch Truhen? Mal Nebenbei gefragt Nett gefragt Boah, den Sprung schaff ich doch nie im Leben Aber da vorne Kann ich's hinkriegen Hier rüber Wow 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 Hier will man auch nicht angegriffen werden Kann's sein, dass hier Truhenmangelware sind Ach du Kacke Nein Oh Mann Ich hab doch Doppelsprung gemacht Willst du mich verkohlen? Ah Ja Er gewinnt und gewinnt und gewinnt immer wieder Ich bin so schlecht Na gut Noch eine Arena Die hier und dann Ähm War's das auch Ähm Von King Clay und mir So Ich hau ab Tschüss Denn hier gibt es einige Truhen Ach was Was kommt denn da jetzt schon hier Der kleine Mann Der kleine Mann Jaja schon klar So Ja wenn's zu zweit ist Ist natürlich klar Der der bessere Ausrüstung hat Greift er eher an In dem Fall Hat er ja die bessere Ausrüstung Aber geht noch Truhen sammeln Er geht noch da Zu den Häusern Wenn ich's richtig gesehen hab Dann werd ich jetzt ganz schnell Hier reingehen Eine Enderperle Immerhin Immerhin Das ist ganz gut Na los Äh Willst du mich verkohlen? Ich hoffe er kommt jetzt nicht Oh Ganz nett Alter Sollen das So Wir haben ja jetzt Eine Enderperle Da sollte es kein Problem sein Hier raus zu kommen Hallo Ja ist das auch nicht Was? Die Tür ist doch offen Die muss offen Leute die muss offen sein Ich hab den Schalter umgelegt Die muss offen sein Es geht gar nicht anders Deswegen verschlage ich die jetzt eiskalt Äh Ja Wenn's gehen würde Och Mono Da ist so ne schöne Kiste drin Egal Wir gehen schnell weiter Und äh Ich weiß auch wohin Wo es gute Sachen geben könnte Betonung liegt auf könnte Nicht Ist Weil die Items Weil die Items ja auch immer wieder Ihre Plätze wechseln Aber hier hatte ich eigentlich Fast immer gute Items drin In dieser Ja Mine Ja komm Mich kannst du nicht mehr verarschen Bin hier einmal reingefallen Da hatte ich zum Glück Eine Enderperle Hallo Ein goldener Helm Das ist